Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas St. Peter-Ording mit spielbaren Mondenkind und einem neuen Spiel vom Nürnberger Spielkarten Verlag. Haschi heißt es, ab acht Jahre ist es und für ein bis vier Spieler, so funktioniert es. Haschi ist ein Zeichenstrategiespiel für ein bis vier Spieler. Vier dieser Zeichenunterlagen gibt es, die sind doppelseitig mit einer Seite A und einer Seite B. Dann gibt es vier dieser qualitativ hochwertigen, trocken abwischbaren Stifte. 18 Spielkarten, eine Spielanleitung. Worum geht es? Es geht natürlich wiederum um Punkte, möglichst viele Punkte im Spiel zu sammeln. Punkte bekomme ich für Aufgaben, die ich in Bezug auf diese einzelnen Inseln hier vorne erfüllt habe. Welche Aufgaben das sind, ergibt sich im Laufe des Spiels aus diesen 18 Karten. Das heißt, eigentlich sind es nur 17, weil aus diesen Karten, die gemischt werden, wird im Anstoß eine Karte herausgezogen, die nicht am Spiel teilnimmt. Das heißt, diese Karte kennen wir auch nicht. Wir haben aber zur besseren Orientierung hier unten alle 18 möglichen aufgelistet und wir können, und das würde ich am Anfang auch empfehlen, die abstreichen, die bereits gezogen sind. Somit sehen wir also, welche möglichen Karten noch im Spiel sind. Zu Beginn des Spiels nimmt sich jeder Spieler den vor sich liegenden Spielplan. Man entscheidet sich auf eine gemeinsame Art. Entweder spielen wir alle die Seite A oder wir spielen alle die Seite B. Am Anfang empfehle ich A, ist wirklich deutlich einfacher. Diesen Spielplan, den er hat, nimmt er vor sich und trägt eine 3 oder eine 4 auf eine Insel, die keine dieser roten oder blauen Fahnen hat, ein. Sagen wir mal, hier tragen wir eine 3 ein. So, da habe ich eine 3 eingetragen und diesen Spielplan geben wir dann nach links weiter. Das heißt, wir bekommen von rechts einen anderen Spielplan, in dem bereits eine 3 oder eine 4 von unserem rechten Nachbarn eingetragen wurde. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass diese Insel, die jetzt hier beispielsweise die 3 trägt, insgesamt 3 Brücken zu Nachbarinseln haben darf. Das heißt, das wäre jetzt beispielsweise eine, zwei oder drei Brücken. Wir können auch, wir können auch zu einer Insel zwei Brücken bauen. Das heißt also, wir könnten beispielsweise auch diese Situation haben. Dann dürfte ich allerdings keine weitere Brücke mehr einzeichnen, weil diese Insel mit einer 3 gekennzeichnet ist. Aber da ich diese Aufgabe erfüllt habe, das heißt, die Aufgabe, diese Insel mit drei Brücken zu verbinden, erfüllt habe, kann ich die 3 einkreisen und bekomme am Ende des Spiels. Das heißt, wenn alle 17 Karten gezogen worden sind und auch abgehackt worden sind, bekomme am Ende des Spiels zwei Punkte, weil für jede Insel, die ich erfüllt habe, deren Aufgabe ich erfüllt habe, ich mit zwei Punkten belohnt werde. Ich fange also das Spiel an, das ist meine Ausgangssituation und decke die erste der 17 Karten auf. Auf dieser Karte habe ich zwei Informationen, einmal eine 6 in dem Fall und drei Brücken. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo eine 6 auf eine dieser Inseln zeichnen. Dabei kann ich derzeit nur Inseln nehmen, die keine Fahne haben, weil auf eine Insel mit Fahne darf ich nur dann eine Zahl eintragen, wenn zu dieser Insel bereits eine Verbindung über mindestens eine Brücke besteht. Also hier könnte ich jetzt keine 6 eintragen. Ich kann aber jede andere Insel nehmen, die keine Fahne hat. Inseln, die keine Fahnen haben, darf ich beliebig mit irgendeiner Zahl, das heißt natürlich Bedingung an diese Karte, die gerade aufgedeckte Karte gerichtet, bestücken. Ich würde die 6 jetzt mal hier eintragen, 6. Lege damit also auch automatisch fest, dass diese Insel, um sie bepunktet zu bekommen, auch mindestens 6, nein nicht mindestens, sondern genau 6 Brücken angeschlossen haben darf. Nicht mehr, weniger schon, aber mehr als 6 geht auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich die ersten Teil der Karte erfüllt, das heißt ich habe die Zahl eingetragen, jetzt darf ich noch drei Brücken einzeichnen und dann würde ich beispielsweise diese Brücke einzeichnen. Ich muss, also ich könnte jetzt nicht hier eine Brücke einzeichnen, weil die Brücke, die ich einzeichne, muss an mindestens eine Insel angrenzen, die bereits eine Zahl hat. Dann könnte ich diese eintragen und ich würde dann vielleicht noch diese Brücke einbauen. Okay, ihr seht, ich habe hier auch eine Insel verbunden, die noch keine Zahl hat, das hat aber derzeit nichts zu bedeuten. Die nächste Karte, eine 2 und eine Brücke. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte die 2 in keine der Inseln eintragen, auch das geht. Ich kann also auf einen Teil verzichten. Ich kann auch sagen, ich möchte die Brücke nicht einzeichnen, auch das geht. Was nicht geht ist, ich zeichne erst die Brücke und dann die Zahl, das geht nicht, immer erst die Zahl, dann die Brücke. In dem Fall würde ich jetzt mal sagen, wir hier die 2 eintragen, hier die 2 und dorthin eine Brücke. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da ich diese Brücke jetzt gebaut habe, darf diese Brücke nicht mehr gebaut werden, weil sich Brücken nicht kreuzen dürfen. Auf diese Art und Weise gehe ich weiter vor, eine 2 und zwei Brücken. Eine 2 zeichne ich hier ein und zwei Brücken. Und zwar einmal diese Brücke und einmal diese Brücke. Und dadurch bedingt habe ich jetzt diese Insel abgeschlossen. Diese Insel hat zwei Brücken und diese Insel abgeschlossen. Diese Insel hat auch zwei Brücken. Was ist jetzt automatisch? Diese Insel kann nur noch von hier versorgt werden. Hier darf keine Brücke mehr angeschlossen werden, weil diese Insel ja schon zwei Brücken beinhaltet. Ihr seht, worauf es hinausläuft. Im Laufe des Spiels wird das Ganze immer komplexer. Die Zusammenhänge, die Abhängigkeiten, also hochinteressantes und strategisches, mit einem Hauch von Glück besetztes Spiel. Wie gesagt, es gibt zwei Punkte für jede Insel, die im Auftrag erfüllt wurde. Der Spieler, der es als erster schafft, alle roten Inseln zu bestücken und auch zu erfüllen, bekommt neun Extra-Punkte. Alle weiteren Spieler, denen das gelingt, bekommen fünf Extra-Punkte. Das gleiche mit den blauen Inseln. Der Spieler, der als erstes die blau befahnten Inseln erfüllt, bekommt sieben, alle weiteren Spieler drei Punkte und der Spieler, dem es als erstes gelingt, sechs Inseln, die miteinander verbunden sind, das ist Bedingung, in Reihe, ununterbrochen miteinander verbunden sind und auch erfüllt sind, bekommt acht Bonuspunkte und der zweite, dritte und vierte eventuelle Spieler bekommt noch vier dafür. Und wer hier in der Summe der Spielpunkte die höchste Zahl, das größte Ergebnis hat, gewinnt dieses strategische Zeichenspiel Haschi. Und wenn du meinst, die Seite A ist eine Herausforderung, dann probiere mal die Seite B, die hat es echt in sich. Viel Spaß dabei, bleibt gesund und liebe Grüße vom schönsten Nordrhein-Europas, St. Peter-Orling. Ciao. Ciao.